Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN Germany. Dürre in Italien, Notstand ausgerufen. Dazu wird die Wasserversorgung eingeschränkt. In Italien war es im Frühjahr zu warm. Außerdem hat es zu wenig geregnet. Stell dir vor, dein Land leidet unter so einer großen Dürre, dass das Wasser nachts abgestellt wird. Deine Haare beim Friseur nicht mehr gewaschen werden dürfen und du auch mit deinem Auto nicht mehr in die Waschstraße fahren darfst. In Italien sind diese Maßnahmen in einigen Regionen Realität. Der Grund dafür ist, dass es in Italien im Frühjahr nicht einmal halb so viel geregnet hat wie sonst. Das führt auch dazu, dass einige Flüsse beinahe komplett ausgetrocknet sind. Das Land leidet laut der italienischen Regierung unter der schwersten Wasserkrise seit 70 Jahren. Schlechte Wasserleitungen machen es noch schlimmer. In Italien geht extrem viel Wasser durch kaputte Wasserleitungen verloren. Laut dem Zivilschutz gäbe es Leitungen, die bis zu 75% an Wasser verlieren, bevor es bei den Menschen ankommt. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.